Bist du verrückt? Trau dem nicht, der Typ lebt nur, ich sag... Oh! Ich schwöre, wenn du aufstehst, dann hasse ich das Spiel offiziell. Ich leg dem irgendwas drauf, dann kann er vielleicht nicht aufstehen. So, Wanne, ich vertraue dir. Wanne, du beschützt mich, stimmt's? Wanne! Nein, 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 nein! Ah! Oh mein Gott. Hä? Hier ist nix. Ah! Ich kann, ich kann echt grad nicht reden. Diese Geräusche sind so unglaublich. Ah! So, jetzt gehen wir langsam hier durch. Ich kann doch schrecken und zu Tode, weil irgendwas passiert. Ich trau dem Scheiß echt nicht. Ah! Ah! Nein. Oh mein... Oh mein Gott. Nope! Augen zu und durch. Augen zu und fucking durch. Ich hab euch im Auge. Ah! Nein! Nein, 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 nein! Nein, 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 nein Es gibt Handyverbot. Hier passiert was. Das ist viel zu hell. Ich wusste es. Oh Gott, die ist bestimmt ein Jumpscare oder so, oder? Das ist echt nicht schön. Ach du Kacke. Oh mein Gott.